die musik etwas leise gestellt wird die ziemlich laut war und schon wieder hab hier oh ja ich höre sie echt du hörst was ja ich habe ja irgendwas gehört ich weiß nicht von wo es kam vielleicht aus wie so aus über skype keine ahnung ich bin so laut ich bin so laut ich bin dabei war gar nichts gehört komplett gar nicht also ich bin jetzt echt etwas verwunderbar und du was hörst aber nur die HP in der Höhe und ganz leise so sieh mal dort oben scheint der Fokus zu sein den du suchst ja sieht aus wie ein Fokusplatz so einfach komme ich da nicht dran weiter rein ja warum greift er noch den an bin ich euch wohl zu mein Gott ja hier die wird ja die Bakt auch das wird sein in der ich habe genug alle das dürfte ich sehe ja Lester Hilfe weg verdammt nein ich hab nicht gestorben oder ich hab nicht gespeichert ja ich bin tot ich hab nicht gespeichert wo hast du das letzte mal gespeichert da wo wir die erste Front-Hapien machen also hier na gut es geht ja da ja geht es nicht schlimm wäre es wenn ich mit meinem Berg oder so ich will jetzt mal gespeichert oder so das ist ein Vorteil da glaube ich hier man muss nicht so viel laufen da kann man nochmal speichern so gut ja aber gerade das Laufen macht hier stark aber was sieht hier im Rest du aus die ganze Zeit ein Weg entlock ja genau sieh mal ja haben wir alles schon gehört also speichern und heilen ich brauch keine Heilung mit dem Söldner Lester mach mit komm um also diese Lester Lester wieder leicht weiter wird nach jeder erlegten Hartje Lester Hilfe Lester 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 über mir bin ich nicht gut ey klasse hast du das gemacht nein das war mega klasse den ich weiß nicht ich werde mich mal oben ja schau dich oben um ich muss eh nach oben leitern die hat die gibt es auch nur in gothic 1 stimmt die ist wirklich nur in gothic 1 sein jetzt packt der läster da unten rum es gibt eine leite in der hatte scheiße der läster soll kommt nicht hoch was ist denn da los verdammt der doch keiner hat er gesagt er kommt hoch ja schon aber dann habe ich mich vor ihm vor ihm gestellt jetzt ist er im kreis gelaufen und jetzt bleibt der nicht eigentlich unten ne der geht hoch gibt ihr dann oben die telekinese spruch rolle ach so schweizer mit schieds geht halt muss man das wieder wichtig also ja ich hab nie das einzigste mal dass ich tüte nur so zur information nee aber es gibt eine leite in nacht des raum und ist ein easter egg und die das steht da in der zusatzwelt im sumpf das steht eine leite aber sonst gibt es keine anderen leite und keinem anderen gothic halt stimmt hast du recht ja so jetzt muss ich die truhe hier knacken ne ja seltener kein problem das ist ein problem scheiße warum kriegt er nicht auf ich bin anscheinend zu ungeschickt oder was das kann nicht sein ich klicke nicht auf äh oh nein neue harkien hätten ach leck mich alter ich krieg grad ne tue nicht auf super wahrscheinlich die wichtigste tue nein ich glaub ich muss ein stockwerk noch höher und dann guck ich mich mal hier vielleicht weil ich muss ja erstmal die urkunde finden von dem komischen na ja da gibt er mir die telekinese da und ich vielleicht gibt es einen schlüssel ich weiß es nicht mehr ja ja also normalerweise sind die truhen alle die wo was wichtiges drin ist sind die die sind nicht verschlossen normalerweise ja weil es können ja irgendeine das schlösser knapp nicht lernen aber ich glaub ich hab's gar nicht gelernt oder doch ich hab's gelernt ich komme da irgendwie nicht hoch toll das bach das ist auch in einer alten mine so da gibt es auch seine leiter da ja haben sie mich hoch die muss auf gehen eigentlich ach hey das ist erst mit lästere genau das kann auch sein ja hast du schon was gefunden die truhe da vorne ist verschlossen vielleicht gibt es irgendwo in dieser festung einen schlüssel gibt es irgendwelche hinweise auf die nein hast du schon in der bibliothek wir müssen die bibliothek wie es scheint und uns dort den schlüssel besorgen naja dann tun wir das mal das ist doch wunderbar eine bibliothek oh mein gott ja bibliothek ultra wichtig da gibt es schlüssel die boton aufsperren ja und die bibliothek mehr die menschheit das ist dahinten die bibliothek und das sind schon wieder habt ihr in eureka mann wer hätt's gedacht was und ein und ein das ist ein cooles mann ist ja auch die macht mich halt alle soja nicht zu ich bin 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 hast du überhaupt magie überhaupt nicht ich finde magie in kaufik 1 aber finde ich nicht gut gut gemacht also finde ich viel zu schwer also ich brauche schwertbogen zum zeug ja jeweils magie gegen skelette eng ist ganz gut wer ja ja und tote vernichten halt aber das muss ich halt jetzt irgendwie anderweitig nein das geht schon erst mal das gelächter hat ein schwert das ist noch kein skelett mehr da irgendwie da hat wahrscheinlich keinen Bock mehr das ist genau genau das ist wenn wir den hebel betätigt dann kommt das raus genau weil genau sowas trunschlüssel ich hab den gefunden aber das mache ich jetzt nicht auf weil das mehrere skelette drinnen das weiß ich noch genau dann stirbst du noch wieder genau ich höre es jetzt auch schon wie es mit dem knochen krackelt und so aber in kaufik 2 gibt es ja die feste hier auch und das sind dann da zwei dämonenlords drinnen also er stimmt im geheimen sind starke monstern schon mit pflicht heute haben wir den schlacht ihren tauchen ja habt ihr aber habt ihr ja die sind ja locker lieben die ich noch ein nerviger wie es da er ist schon aber die die thema so h ich höre aber schon wieder flügel schlagen scheint wieder hier zu sein ich halte ich halte also die Urkunde habe ich gefunden das heißt nächster Fokus da oben sind noch H4 1 aber da gehe ich jetzt nicht los nicht jetzt nicht jetzt warum auch was jetzt kann ich nicht mit Dingen reden mit 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 dem Läster kann ich jetzt nicht reden irgendwie den Fokus hast du ja ne ne ich hab die Urkunde die muss ich jetzt eigentlich läster geben aber der lässt dich nicht ansprechen nicht jetzt der scheint von irgendwas abgelenkt zu sein mal schauen ob es zu den Marvin Mode richten kann und meine Presse ist nervig verhältlich scheiß ich habe die Urkunde gefunden hey gut gemacht dafür gebe ich dir diese Spruchrollen damit sollte es kein Problem sein den Fokus zu bekommen sagt Läster aber dann das ist Telekinesiv auch herrje mir fehlen 3 mana punkte scheiße der der auch ne der benötigt 10 mana punkte aber das da komme ich hin pass auf hast hast ein ring oder so mit mana sonst ne ne ja aber da komme ich hin ich habe akkuatik gelernt ob das ich habe in drüben aber wie kommen da war wieder runter einfach runter springen naja hoffentlich mal nach 8 schmarrig jetzt bin ich schon mal gefallen aber ich idiot denk auch nicht ans einfachste ich habe doch die Tele Portspruch Rolle von den Magier ach ja stimmt ich voll idiot so wir sind schon wieder ein level abgestiegen und wir sind wieder bei den Magier wunderbar jetzt steckt die Magie weg so speichern weg von den scheiß Harpien immerhin auch gut so siehste das jetzt ruckelt es bei mir na jetzt geht es wieder so Saturas ich habe den nächsten Fokus oh ich meine wir haben den Bergfest und einen Fokus gefunden unglaublich nun haben wir schon insgesamt vier Fokus steine okay jetzt ruckelt es wieder mal das hat es in mir immer noch bestimmt du hast und du hast die Tele scheiße okay mögest du in einem Stück zurückkehren jetzt geht es hoffentlich wieder bei dir ruckelt es wahrscheinlich noch schlimmer ne nö bei mir ist es kein großer Unterschied jetzt läuft ich krieg's grad nur auf jetzt geht's nein jetzt geht's wieder ich krieg alle 30 ein neues Bild naja immerhin da muss ich mal kurz da muss ich mal kurz